Schön, dass du vorbeischaust. Jetzt hast du lange nichts mehr von mir gehört. Das hat natürlich einen Grund gehabt. Mir geht es in erster Linie sehr, sehr gut. Ich habe nur sehr viel Arbeit, aber es ist ein positiver Stress, denn meine Arbeit macht mir Spaß. Sie macht mir Freude. Vielleicht ist es auch ein Punkt jetzt, darüber nachzudenken, ob dir deine Arbeit Spaß macht, ob dir deine Arbeit Freude macht, ob du darin aufgehst, wo ich in meiner Arbeit aufgehe oder ob es an der Zeit ist, etwas zu verändern diesbezüglich. Ja, wenn es so ist, dann kannst du dich gerne bei mir melden oder auch diesen Kanal abonnieren. Es wird demnächst wieder mehr von mir geben. Ich werde mehr Videos drehen zu den verschiedenen Themen, auch über meine, wie ich zur Hypnose gekommen bin. Warum habe ich Hypnose gelernt? Warum habe ich das angewendet? Und warum ist das mein Beruf bzw. meine Berufung geworden? Auch da werde ich ein Video dazu drehen, aber jetzt will ich nicht mehr ganz so viel darüber sprechen, über das, was ich vorhabe, sondern das, was wir heute machen. Wenn du vielleicht dir Fragen stellst, wie sich manche stellen, ob es der richtige Partner ist, ob es der ist, der das gibt, wonach du dich sehnst, ob der Partner dich wirklich mag oder ob er seinen bestimmten Grund hat, warum er bei dir ist, vielleicht Bequemlichkeit, vielleicht weil er natürlich Vorzüge hat bei dir, ob es wirklich wahre Liebe ist, denn wenn es Bequemlichkeit ist, dann ist es ja keine Liebe, sondern dann ist es reiner Egoismus. Ob er vielleicht, ob der Partner dir auch wichtig ist, ob du noch Liebe für ihn empfindest, da wollen wir eine Meditation machen, wo du ein bisschen in dich reinlauschen kannst, ob du prüfen kannst, ist es der Richtige, oder wenn du den Partner noch nicht gefunden hast, dass du auch den richtigen Partner, den richtigen Mann aussuchst für dich. Ja, das geht natürlich, ob du eine Frau bist oder ein Mann bist, ist vollkommen egal. Es geht heute um Partnerwahl, also um den richtigen Mann für dich zu finden. Ja, mach dir Komplimente, auch wenn du schon lange mit ihm zusammen bist oder du suchst jemanden, der dir natürlich auch Komplimente macht, der dir das gibt, wonach du dich sehnst, wo alles vielleicht nicht rosarot ist, aber wo du dich wohlfühlst, wo du aufgehst, wo du dich fallen lassen kannst, ganz wichtig, dass man sich fallen lassen kann, wo du mit ihm Gemeinsamkeiten hast und vielleicht auch so eine Art Seelenverwandtschaft oder Seelenpartnerschaft findest oder vielleicht auch schon führst. Wenn du dir nicht sicher bist, dann ist es an der Zeit, dass du das prüfst und wenn du auf der Suche bist, dann hilft dir auch diese Meditation, dass du die richtige Wahl triffst, dass du den richtigen findest, dass du für diese Person die richtigen Gefühle entwickelst und natürlich auch den Mut hast, etwas zu tun, den Mut, eine Beziehung einzugehen, eine freie Beziehung oder eine offene Beziehung oder eine enge Beziehung. Das, was dir gut tut, das sollst du dir suchen und das sollst du erkennen. Mit dieser Meditation ist das möglich. Ich habe sie bereits schon besprochen für dich. Sei gespannt. Hör sie dir an, am besten mehrmals. Ich würde empfehlen, immer täglich oder jeden zweiten Tag. Du wirst viele Vorzüge dabei finden. Das heißt, du wirst viele positive Seiten dabei finden. Aber vor allem ist es ja wichtig, dass du endlich den richtigen Partner findest oder dir sicher bist, dass es der richtige Partner ist. Was hat mich dazu gebracht, dass ich diese Meditation schreibe und auch bespreche? Das war eigentlich Martin Werle. Martin Werle ist Coach, Berater und da habe ich zufällig ein Video von ihm gesehen, wo es darum geht, zu schauen oder zu erkennen, ob das der richtige Partner ist, mit dem du zusammen bist. Das Problem ist eigentlich, dass unser Bewusstsein, unsere Glaubenssätze oft da reinfunken und sich manches mal schön redet oder natürlich auch das Gegenteil, aber es genervt, man kennt die Vorzüge des Anderen nicht mehr, man erkennt sie nicht mehr, dass man eigentlich den richtigen Partner hat, der wozu einem passt, der wo einem das gibt. Ja, und damit man das erkennt, denn das steckt ja eigentlich in deinem Unterbewusstsein drin, das Gefühl, das wahre Gefühl, damit man das erkennt, ist eine Meditation sehr hilfreich, sehr wirksam, ich würde sogar sagen stark wirksam, damit du endlich den richtigen Partner findest oder den richtigen Partner erkennst, erkennst, dass dein Partner der richtige für dich ist oder vielleicht auch nicht. Wenn es nicht der richtige für dich ist, dann ist es an der Zeit, dass du etwas veränderst, denn ohne etwas zu tun, gibt es ja keine Veränderungen. Jetzt aber will ich nicht mehr viel darüber sprechen. Du merkst, dass ich eigentlich sehr schnell rede, eigentlich rede ich wesentlich langsamer, aber ich habe dieses Video so schnell zwischendrin mal gemacht. Warum? Die Meditation nicht, da habe ich mir Zeit genommen, aber dieses Video eben, weil ich sehr viel zu tun habe. Heute muss ich noch Texte schreiben für Kunden, die Kunden bekommen den Text für sich persönlich und für ihr Thema abgestimmt. Wenn du so etwas Ähnliches haben willst, auf dein Thema, auf deine Blockaden, dass man die auflöst und so weiter, es gibt viele, viele Techniken dazu, mit der Hypnose, mit Mentaltraining, dann melde dich bei mir, schreibe mir eine E-Mail, ich blende sie, ich glaube hier, nein, hier ist es oben ein, klick drauf, schau mal auf meine Seite, die Seite heißt mental123.de oder wenn du das mal lernen willst, professionell, gut, richtig, vielleicht auch zu Hause, wir haben Fernkurse, dann schau auf hypnoseschule-deutschland.de Dort findest du alles, du findest auch Hypnose-CDs, MP3s, die du dir bestellen kannst auf hypnose-deutschland.de. Jetzt aber geht's los, mach dich bereit, mach es dir ganz bequem, richte dich aus, lasche meine Stimme und freue dich schon drauf. Bist du bereit? Dann suche dir einen Platz, wo du die nächsten 15 Minuten ungestört bist. Diese 15 Minuten sind für dich. Deshalb schalte das Handy aus, richte alles so ein, dass dich in dieser Zeit keiner stören kann. Auch wenn du Tiere liebst, sollten sie am besten in einem anderen Raum sein. Es ist ganz wichtig für den Erfolg der Meditation, denn wenn du Erkenntnis erlangst, dann kannst du auch etwas für dich verändern. Und wenn es dir gut geht, weil du dir wichtig bist, profitieren alle, die dir am Herzen liegen. Eigentlich logisch, denkst du nicht auch? Der Raum, wo du jetzt meditierst, sollte angenehm warm sein. Natürlich kannst du dich auch in eine wolkweiche Decke kuscheln. Jetzt legst du dich am besten hin, ins Bett, auf die Couch oder auf eine Isomatte. Du solltest dich dort, wo du liegst, gut entspannen können. Lege dich am besten auf den Rücken. Du kannst dich jetzt gerne mit einer Decke zudecken, damit es schön angenehm warm bleibt. Deine Beine liegen nebeneinander, ganz schlaff. Die rechte Hand liegt gerade neben dem Körper. Jetzt ganz wichtig, die linke Hand berührt dein Herz. Alles passiert jetzt so, wie es gut für dich ist. Die Augen lasse für eine kurze Weile noch geöffnet. Dabei kannst du etwas fixieren, einen Punkt, einen Gegenstand. und versuche dabei, so wenig wie möglich zu blinzeln. Gefühlvolle Menschen können sehr schnell eintauchen. Andere brauchen etwas mehr Wiederholungen. Alles geschieht so, wie es richtig für dich ist. Die linke Hand berührt dein Herz. Stelle alles, was ich jetzt zu dir sage, am besten ganz lebhaft vor. Liebhaft vorstellen heißt, so vorstellen, wie wenn du es gerade erlebst, wie wenn es im Moment Wirklichkeit ist. Alles, was du fühlen kannst, fühle, erlebe es mit all deinen Sinnen. So wie du es kannst in diesem Moment, ist es auch richtig für dich. Atme jetzt tief ein, halte die Luft etwas an, und wenn es für dich richtig, also der Zeitpunkt für dich gekommen ist, atme langsam aus und schließe dabei deine Augen. Konzentriere dich jetzt auf deine Atmung, wie es sich anfühlt, wenn es dich atmet. Ja, nicht du atmest bewusst. Es atmet dich unbewusst. Ganz automatisch. Wie fühlt es sich an, wenn du einatmest? Langsam. Wenn du langsam durch die Nase einatmest, kannst du die Luft fühlen, wie sie durch die Nase strömt. fühle, nimm die Luft wahr, wie sie durch die Nasenlöcher bis hin in die Lunge fließt. Mit jedem Atem zu. Fühle. Wahrnehme. auch das Ausatmen. Langsam. In deiner Geschwindigkeit. und wirst ruhiger. Dein Körper müde. Fühle. Fühle. Mit jedem Atemzug. Fühlen. Fühlen. Wahrnehmen. Das Ausatmen. Langsam. In deiner Geschwindigkeit. Und wirst ruhiger. Dein Körper müde. Fühle es. Dein Unterbewusstsein freut sich schon auf diese besondere Meditation und die Erkenntnis, die du dabei erlangst. Es ist ein Fließen, langsam und angenehm. Fühle es. Die Bauchdecke. Hebt sie sich mehr oder weniger als der Brustkorb, wenn es dich atmet. Mit jedem Atemzug fühle. Wahrnehme. Auch die Bauchdecke. und dem Brustkorb. Langsam. In deiner Geschwindigkeit. Und du wirst ruhiger. Dein Körper immer müder. Und müder. Kannst du jetzt schon bemerken, wie du mit jedem langsamen Ausatmen immer ruhiger wirst, vielleicht auch schon körperlich müder. Und während deine Atmung immer flacher wird und dein Puls ruhiger, bemerkst du die Beine. Sie liegen nebeneinander. Die Beine. Ganz schlaff. Müde. Müde, schlaffe Beine. Fühle es. Der rechte Arm, er ruht neben deinem Körper und wird immer müder und schwerer. Dein rechter Arm. Dein rechter Arm, müde, die Muskeln schlaff, weich, schwer wie Blei. Nimm es wahr. Fühle es. Dein rechter Arm, ganz müde, und die Muskeln schlaff, weich, bleienschwer! Nimm es wahr. Ja, dein rechter Arm, ganz müde, schlaff, schwer wie Blei, weil alle Muskeln ganz schlaff, ganz weich, fühle, jetzt. Und wenn du jetzt weit bist, kannst du es versuchen, den rechten Arm zu heben und wirst bemerken, es wird dir nicht gelingen, ganz schwer, bleienschwer, weil schlaff. Wenn du den rechten Arm nicht mehr oder kaum noch heben konntest, gratuliere ich dir, du hast sehr gut mitgearbeitet. Wenn du ihn noch heben konntest, ist es auch okay, dann wiederhole diesen Teil so lange, bis er ganz schwer ist und du ihn nicht mehr oder kaum noch heben kannst. Bemerkst du, dass sich jetzt schon etwas verändert? Die Wahrnehmung vielleicht? Fühlt sich einiges ganz anders dann als sonst? Farben Sie haben eine Bedeutung, eine Wirkung. Da stimmst du mir sicherlich zu. Farben Allein die Vorstellung zeigt schon Wirkung. Und so stelle dir mal die Farbe Rot vor. Was löst diese Farbe Schönes in dir aus? Ist es für dich die Farbe der Liebe oder die Erotik, der Leidenschaft? Oder beides vielleicht? Welche Farbe würdest du der wahren Liebe geben, wenn du sie gefunden hast? Stell es dir vor und fühle es, was diese Farbe wunderschönes in dir auslöst. Und die Farbe Orange, stell sie dir mal vor. Was bewirkt diese Farbe in dir? Wärme Geborgenheit Nähe Zweisamkeit Oder noch etwas anderes? Und während ich jetzt gleich dein Unterbewusstsein frage, konzentriere dich bewusst auf deinen Körper. Zum Beispiel auf die Atmung, auf die körperliche Schwere oder auf die Punkte, wo dein Körper die Unterlage berührt. Denn dann ist dein Unterbewusstsein, welches ja alles von dir weiß, dich ganz genau kennt und auch weiß, was dir gut tut, was du wirklich brauchst, unbeeinflusst vom Bewusstsein. So konzentrierst du dich jetzt bewusst auf deinen Körper, so wie du es kannst in diesem Moment. Und so frage ich dein Unterbewusstsein, was es wirklich braucht und sucht. Ein Partner, der dir Aufmerksamkeit schenkt? Tut es dir gut. Eine Liebe, die dir Komplimente macht, dir sagt, was du für eine tolle Frau doch bist. Sehnst du dich danach? Ein Mann, der dich so nimmt, wie du bist. Eine Liebe, dem du wichtig bist. Wie schön ist das denn? Ein Mann, der dich auffängt, wenn du Unterstützung brauchst. Wie sicher und beschützt würdest du dich fühlen. Jemand, der sich für dich interessiert, der dir zuhört, wirklich zuhört. Wie erfüllen kann das sein? Jemand, der sich nach dir verzehrt, deine Nähe sucht. Wie wunderschön kann das sein? Eine Liebe, die deine Seele berührt. Tiefe Verbundenheit. Wenn du in einer Partnerschaft lebst, frage dich, wie viele diese Sehnsüchte dein Partner erfüllt. Wenn du derzeit Single bist, weißt du nun, was wichtig für dich ist. Vielleicht hast du bisher immer nach dem Falschen gesucht. Oder du warst nicht mutig genug, auch mal einen Kontakt zu einer Person, die du begehrst, herzustellen. Den ersten Schritt zu machen. Du hast ja noch die linke Hand bei deinem Herzen. Ist es nicht so? Dann frage mal dein Herz, ob es schon jemanden kennt, der dir all das gibt, wonach du dich sehnst. Und wenn du in einer Partnerschaft lebst, kannst du dein Herz fragen, ob er wirklich der Richtige ist. Frage dein Herz jetzt. Tiefe Liebe. Ein Gefühl, das lebenslang anhält, wenn es der Richtige ist. Geborgenheit. Zärtlichkeit. Begehren. Begehren. Nähe und gleichzeitig Freiheit. Vertrauen. Gegenseitiges Wachstum. Zwillingsseelen. Zwillingsseelen. Miteinander das Leben genießen. Vertrautheit. Zwillingsseelen. Tiefe. Tiefe Intimität. Tiefe Intimität. Wer es ist? Hast du schon ein Gefühl? Kennst du ihn schon? Weißt du, wer es sein könnte? Ihn, der dir das gibt, wonach du dich sehnst. Der dich so nimmt, wie du bist. Mit dem du das Leben genießen kannst, so wie du es dir wünschst. Du kannst mit dem Herzensmensch Neues entdecken, spielerisch. Du kannst zusammen reisen, viel Schönes erleben, neue Erfahrungen machen, weil du nun offen dafür bist. Alles Vergangene kannst du nun vergangen sein lassen, weil du dich nun öffnest. Alle hinderlichen Glaubenssätze lässt du los und die gesellschaftlichen Erwartungen schiebst du weit beiseite, denn sie sind in jeder Hinsicht für dich und dein Glück hinderlich. Du strahlst ganz genau das aus, was du bist und was du suchst. Du bist selbstbewusst und weißt, dass du es verdient hast, die Liebe, das gegenseitige Verstehen und das Vertrauen. Und solltest du etwas Hilfe für dein Selbstbewusstsein benötigen, so melde dich einfach bei mir. Wir werden es zusammen aufbauen. Und wenn du ihn erkannt hast und weißt, dass er es ist, bist du mutig und wirst auf ihn zugehen. Deine Ausstrahlung ist stark und attraktiv. Ja, es gibt heute so viele Möglichkeiten, ganz ungezwungen auf jemanden zuzugehen. Vielleicht zuerst mal mit einer Nachricht, einem Anruf, einem Hinweis. Oder fällt dir noch etwas anderes ein? Entfernung ist heute kein Hindernis mehr, wenn man das Glück greifen will. Eine Kundin berichtete mir von einem ungezwungenen, gemeinsamen Urlaub nach einem langsamen Kennenlernen und Vertrauen aufbauen. Sie konnte mit ihm über alle Sorgen sprechen und er hörte aufmerksam zu. Das erste Mal in ihrem Leben fühlte sie sich so richtig geliebt und verstanden. Es wurde die schönste Reise ihres Lebens, die mit ihm bis jetzt anhält. Und das ist schon über zehn Jahre her. Egal, wer du bist, egal, welche Unzulänglichkeiten du hast, egal, welches Alter, auch der Altersunterschied ist egal. Und egal, in welcher Situation du dich befindest, deine Seelenliebe nimmt dich so, wie du bist. Mit ihm zusammen kannst du das Leben mit doppelter Leichtigkeit meistern. Stell dir mal vor, wie es ist, wenn ihr euch gefunden habt. Stell dir eine bestimmte Situation vor, die ihr gemeinsam erlebt. Vielleicht ein schöner Urlaub in einer Bucht. und fühle die Liebe, die aufkommt, das Begehren. Körperlich und geistig in Nähe, weil es zusammen gehört. Genieße es mit all deinen Sinnen. So wie du bist, wirst du geliebt. Wie schön ist das denn? Was dir wichtig ist, wird auch ihm wichtig werden. Gemeinsam, zusammen tragen und getragen werden. Eine Liebe, die von Tag zu Tag immer stärker und stärker wird, weil ihr zusammen gehört. Tiefes Vertrauen. Sich nach ihm sehnen, so wie er sich nach dir sehnen wird. Er gibt dir all das, wonach du dich sehnst. und ich frage mich in diesem Moment, wonach sich dein Herz verzehrt. Er wird dich beschützen, wenn du Hilfe brauchst. Er ist für dich da. auch er wird offen über seine Gefühle mit dir reden. Er vertraut dir. Er wird sich dir ganz anvertrauen. ehrlich. Er gibt dir ehrliche Komplimente und macht dir regelmäßig kleine Freude, weil er an dich denkt, weil er an dich denkt, weil du ihm wichtig bist. Du wirst geliebt, begehrt, verstanden. Ja, er versteht dich so wie noch nie jemand zuvor, weil seelenverwandt. kennst du all das? Hast du schon mal erlebt? Wenn ja, dann gratuliere ich dir. Wenn nicht, dann wird es in der Zeit, dass du etwas tust. Und du weißt, Alter, Aussehen, Altersunterschied, Lebensumstände sind kein Hindernis für wahre Liebe. Es ist nicht so. Wenn du Beratung brauchst, Unterstützung, mental, gerne unterstütze ich dich dabei. Selbstbewusst die Liebe zu finden. Einfach anrufen oder mir eine E-Mail schreiben. Das kann schon der erste Schritt zum Glück sein. Dein Unterbewusstsein hat es nun verstanden und aufgenommen. Es regelt so ziemlich alles in dir. Ja, es hat all meine Worte aufgenommen, ganz tief und fest. Alles beginnt zu wirken. Von Tag zu Tag und mit jeder Wiederholung dieser Meditation mehr und mehr. Und du erinnerst dich, Solltest du Hilfe benötigen, Blockaden auflösen müssen, dann bin ich für dich da. Ob bei mir in der Praxis, online. Es gibt viele Möglichkeiten. Mein Name ist Herbert Stöberl. Seit 2007 begleite ich Menschen wie du und ich zu ihren Zielen. Ich nehme mir Zeit für dich. Jetzt zähle ich bis drei bei drei angelangt, bis du wieder zurück im Hier und Jetzt fühlst dich wohl. Es geht dir gut. Dein Bewusstsein tritt mehr und mehr den Vordergrund und dein Unterbewusstsein hat es verstanden. Es wird jetzt all seine Möglichkeiten entfalten. Dein Unterbewusstsein, es kennt dich ganz genau, weiß, was dir gut tut. Es regelt so ziemlich alles in dir. Ja, es hat nun verstanden und wird all seine Kräfte und Möglichkeiten entfalten. Es ist so stark. Das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen. Doch nun, mach dich bereit. Eins, du löst dich immer mehr und mehr als diese Trance. Puls und Blut normalisiert sich wieder. Positiv Energie durchströmt dich und schöne Gefühle erfüllen dich. Zwei, du löst dich immer mehr und mehr als diese Trance. Puls und Blutdruck normalisiert sich wieder. Schöne, wunderschöne Gefühle erfüllen dich und positive Energie. Bewege deine Finger, bewege deine Zehen, reicke und strecke dich und mach dich bereit. Drei, du hast dich aus der Trance gelöst, darfst deine Augen wieder öffnen, dich wohlfühlen, zurück im Hier und Jetzt. Die Selbsthypnose, die Meditation ist hiermit beendet und alles beginnt zu wirken, von Tag zu Tag stärker und stärker. Weil du dir diese Meditation möglichst täglich gönnst. Denn durch Übung wird der Mensch immer besser und besser. Alles wird klarer und klarer. Auch dein Unterbewusstsein lernt, durch jede Wiederholung mehr und mehr. Sehr schön. Danke, dass du dir diese Hypnose, diese Selbsthypnose, diese Meditation bis zum Schluss angehört hast. Gerne kannst du mir natürlich einen Daumen hoch, ein Abo und so weiter, du weißt es eh, geben. Das zeigt mir, dass meine Videos von Interesse sind. Du kannst sie gerne weitergeben, teilen, in deinem Kanal abonnieren und so weiter. Das hilft mir, damit ich noch mehr für euch kostenlos bereitstellen kann und vielleicht auch mal Leute hole, die mich dabei unterstützen. Das muss ich natürlich auch finanziell immer rentieren. Mir geht es sehr gut, auch beruflich und privat. Schau, dass es dir auch gut geht. Tu etwas, denn ohne etwas zu tun, gibt es ja keine Veränderung. Das war das Wort zum Sonntag. Wenn jemand diese Sendung noch kennt, dann weiß er, was ich damit gemeint habe. Und ich verabschiede mich von dir, dein Herbert.